Hallo Leute und damit willkommen zu Mario Kart 460 mit dem Flash, mit Centus, dem Luigi. Ja und Flash den Count. Ja. Mit toten Hosen. Tote Nosen. Tote tote Hose. Da Centus, leider, ey, leider beim ersten Cup gewonnen hat. Leider. Machen wir jetzt jetzt. Ja. Ja, select your player. Machen wir jetzt den zweiten Cup. Ja. Immer noch 50er Coupé. Und, schau mal. Die Coupé? Coupé, Hubraum. Oh nein, was kam denn noch für Le... Oh nein. Das scheiß Level. Das geht noch, das letzte. Ey, das ist nicht wahr, wir kriegen jetzt die beschissensten. Boah. Ja, war aber auch viel. Aber da kann ich jetzt schon sagen, dass ich Platz vierter werde. Platz vierter? Ja, Platz vierter. Okay, Platz vierter. Hm. Ich glaube, es ist doch so, glaube ich, ein Remake von den ganzen Strecken, ne? Ja. Ja. Ich glaube, bei den neuernden Teilen haben sie von diesen, auf jeden Fall, ein paar Strecken ein Remake gemacht. Weiß das gerade gar nicht. Ich meine Sicherheit. Ich habe das mal gesehen. Bei dem achten Teil, glaube ich. Boah, älter. Also, jetzt scrappt er sich alle ab. Mach ich sonst immer, ja. Wenn ich das hinkriege. Aber hier leckt er zum... Also, hast du einen scheiß Bezöger oder so. Ja, habe ich auch drinne. Deswegen musst du immer rechtzeitig schon lenken. Also, die kannst du dir woanders hinschieben, die Kröte. Und ich glaube, ich weiß sogar noch, auf welcher Seite der andere kam. Ach, ne, auf rechts. Glaube ich auch, ja. Oder gleich kommt die Brücke und dann war das auf der linken Fluss. Boah, was ist denn hinten schon los? Irgendwo, irgendeiner kommt gleich mit dem Ding vorbei. Ja. Fuck. Das hat klappen können. Mhm. Das hat klappen können. Boah, da muss ich jetzt vorbei. Das ist mir egal. Kleine Drecksau. Ahahahahahahaha. So eine Sack. Oh my God. Wie fährst du denn? Irgendwann, wer dahinter darfst du's jetzt? Ich weiß. Ich bin auch klein, aber ich darf. Missbrauch meine Brüder nicht. Doch. Missbrauch meine Brüder nicht. Jetzt kommt noch die Zweispuriger. Deine Oma kommt auch noch. Nee. Die sitzt da bestimmt im Bus. Oma, komm ich nimm dich mit. Oh, weiter weg. Ist voll pixelig der Bus. Bist näher dran, dann geht das wieder. Ey, du hast egal Spaß. Ja, ich hab ja gar nichts bekommen. Weil ich so blöd war, zu fahren eben. Krasse das, ne? Ja, das Bremsen geht nicht mehr, wenn du langsam fährst. Aha. Oma, komm ich steig auf. Ich nimm dich mit. Benner. Oh, da kommt der ne Grüner wieder. Das Level echt. Ja, das ist, ich hasse das total. Nee, ich mag das Level auch nicht. Das war mein Partner. Okay. Der war nur natürlich fies, ey. Ja. Oh mein Gott. Wow. Fies und gemein. Sag das, alte Schwein. Mit den Dahl, geil, die Dingin. Oh, ich weiße, schon blocken. Ich dachte, die kommt bei mir an. Oh, nice. Was denn? Hast du Jaschi getroffen? Ja. War ja auch. Nicht spät. Oh nein. Ach, komm, ey. Das ist viel zu weit vorne, der Arsch. Nee. Das kann sich schnell noch ändern. Oh, ich sollte nicht auf den zweiten Desktop glotzen. Glaube ich auch. Oh. Da kommt irgendwo Yippie an dir vorbei. Ja. Hab ich schon gehört. Oh, mein Hals. Ich hab schon gesehen, ich kann da jetzt mal eh nicht mehr weg. Ja gut, hast du jenes auch was bekommen. Beumat. Das ist heute der Scheiß-Stan. Voll gegen die Plank gegen. Plank. Von meiner. Tschüss, Donkey. Ah, eine. Eine wird sich jetzt in den... Ja, Peter. Dammit gescheiße, ey. Ho, ho. Hat's jemand getroffen. Was? Meine Grüne. Das ist eine Überraschung. Ja. Komm, Oma ist wieder im Zug. Komm, Oma. Bus bauen. Freddy Bus bauen. Ja, ist klar. Nicht Fresh Bus bauen. Freddy Bus bauen. Warum ist Bus eigentlich so schnell, diese fette Sau? Weiß ich nicht. Der cheatet. Wechselmotor für die fetten, ne? Ja. Wer ist eigentlich da bei dir noch? Keiner. Yoshi. Yoshi ist Zweiter. Ja. Vor allem, die fahren da ja noch nie mal durch. Durch die Teile. Die kriegen die ja trotzdem. Nee, kann der ernsthaft durchfahren. Hä? Weißt du das nicht? Wie gemein ist das denn? Weißt du das nicht? Na, ich krieg gar nichts, ey. Da vorne ist Mario. Das ist aber immer das Miese, dass die NPCs dann nicht durchfahren brauchen. Mhm. Aber die haben einfach Items. Ja, ja. Vor allem, die kriegen dann immer was. Was ist das ja? Immer gute Sachen. Ja. Selbst den Bananen treffen die. Oh, wo ich gleich eine reinrutsche. Oh, einer der Mies ist. Was macht ihr denn? Ziemlich weit weg, Mario ist Platz 2. Yoshi ist Dritter. Ja, das ist auch nervig. Mit den Panzern. Hier noch in 64. Warum? Dass die einfach so gegen die Leitplanke kriegen. Oder das ist einfach nur, weil ich keinen sehe. Weil du keinen siehst. Weil kein... Boah, Mario sehe ich aber. Boah. Kleiner Sack. Ich bin vierter. Beide hinter mir. Tschüss, Jungs. Jetzt kannst du abdrücken. Du hast eine lange Gartestrecke, jetzt triffst du mindestens ein. Ja. Glaub ich aber irgendwie nicht so sehr eng in den Griff. Mein Gott, Jungs. Ey, könnt ihr die nicht mal in Ruhe lassen? Weißt du, wir können ja Freunde sein, ne? Sicher! Ich glaube, ich habe diesen scheiß vierten Länge, ne? Ja, vor allem. Jetzt hättest du den Pilz ein, was es ist. Komm, baile damit einmal. Näher ran. Hallo? Genau, Donkey Kong auch. Was soll denn der direkt? Mein Gott. Was ist das denn für ein Cheaten? Ja, die sind nicht ohne gewesen bei N64. Was war denn in der Programmierungs-Zereien, ne? Würde ich sagen. Niemals fair, die Dinge. Unter mir ums-fail, habe ich gesagt. Ja, aber die waren niemals fair, die... Besonders wenn die Pilz ein bisschen und dann eigentlich vorwärts, kommst du schnell. Oh mein Gott. Komm! Vierter. Puh. Vierter. Ja, Vierter. Ich habe es nicht besser hingekriegt, denn bei dem Scheiß-Level. Das ist wirklich ein Kotz-Level. Boah, ich hasse das. Also, ich hatte einen riesen Abstand, so wie du jetzt gerade da auf der Mittellinie, und die sind so nah gewesen auf einmal. Ja. Genauso wie Donkey Kong und Warung. Ich hänge die nicht ab. Ja, Windschatten. Ja, gar nicht. Windschatten, die war neben mir. Okay. Oh, ich kann kotzen. 1.2 Centos. Komm, wir zusammen haben wir 10. Das ist mal. Guck mal, dann teile ich mit dir. Und willkommen auf der Endcard von Mario Kart 64. Wenn ihr links auf den Luigi geht, kommt ihr zu Centos. Rechts kommt ihr auf meinen Kanal. Und in der Mitte auf den kleinen Bildschirm kommt ihr zum ersten Video von Mario Kart 64. Lasst eine Bewertung da, vergisst nicht zu liken oder zu abonnieren, wenn das dir gefallen hat. Bis dahin, bis zur nächsten Folge und tschüss. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.